Pixels back! Damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich weiß, wir waren noch nicht so weit mit dem komischen Schaltdings hier, Bumsi. Aber wir werden weiterkommen. Glaubt mal, Leute, in diesem Part werden wir das Schaltdings hier, Bumsi schaffen. Denn wir müssen jetzt noch dran weiterbauen, ganz schnell. Dauert ja nicht lange. Und ja, dann hätten wir das auch wieder. Ich frag mich, was wir noch großartig machen wollen, weil das wäre jetzt die eine Sache noch. Das wäre jetzt diesen Schaltkreis weiterbauen. Irgendwie war es ein komischer Schalt. Meistens ist ja dann so, im letzten Part haben wir so die Schaltdings, die Bumsi hier gebaut. Und dann bauen wir heute weiter. Hm. Was war das gerade eben? Hat sich mein Gehirn kurz abgeschaltet? Wir werden es niemals erfahren. Oder vielleicht auch doch. Und ich weiß bloß nicht. Und ich muss sagen, das Inventar ist zu klein. Ich brauch ein größeres Inventar für Minecraft. Könnte ich es nicht irgendwie mal so machen, dass man einen Rucksack hat oder so? Und sich dann hier so am Inventar so ein kleines Ding öffnet. Dass man so ein zweites Inventar hat. Wäre das so unmöglich? Meine Mordhersteller kriegen es ja auch hin. Oder wäre das nicht machbar? So, und ich hatte noch eine kleine Idee. Dass wir ja so gesehen den Ladevorgang nach hinten hin. halt je näher es an der Komplettierung ist. Ich weiß immer noch nicht, ob es das Wort wirklich gibt. Ich brauch das bloß mal für die Super Mario Sunshine Parts. Aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Nee. Ich glaub aber, ich glaub es einfach mal. Von Komplett machen, Komplettieren. Kein Plan. Auf jeden Fall, dass Gegenende halt immer noch ein bisschen länger dauert. Hö, hö. Ja, ich mach jetzt mal keinen dummen Witz draus. Dass wir halt so gesehen halt... Naja, warum so gesehen? Dass wir immer mehr Repeater da noch hinsetzen. Damit es Gegenende halt wirklich noch länger verzögert wird. Um den Ladevorgang so ein bisschen besser zu machen. Oder so ein bisschen realistischer. Weil ich kenn glaub ich kein Spiel, was gerade... In einem bestimmten Zeitraum, der auch fertig wird. Machen wir hier noch einen. Wie weit wir in den Raum jetzt eigentlich nach hinten setzen müssen. Und den mal so... Oder? Den bräuchten wir auch noch ein paar mehr Repeater. Jetzt geht's ja kurz noch. 1, 2, 3, 4, 5... Oh mein Gott. Okay, ansetzen wir da wieder noch. Ein paar ran. Ich glaub die Diamantenspitzhack ist bald kaputt. Aber wir können sich ja wieder neu machen. Ist ja kein Problem. Bloß erschreckend, wie man mal wirklich, wenn man ernsthaft Minecraft spielt, mal irgendwas bauen will oder erreichen will, wie dann auch so eine fetten Diamanttour einfach kaputt gehen. Wie als wären sie nichts wert. Weil... Ich hab sonst nie so viel gebaut, dass ich ein Diamanttour jemals kaputt bekommen habe. Aber ich hab fast zwei komplett kaputt bekommen. Ist relativ viel. Also, nehm ich an. Nehm ich an, dass das relativ viel ist. Ne? Gut. Hm. Ich würde ja auch noch so eine Art... Naja. Was ich ja gemacht hätte, wenn... Wenn es so funktionieren würde, wie ich mir denke. Aber so einfach ist es ja nicht. Während ich mal kurz Zeug für Repeater hole, kann ich es euch ja erklären. Dass man halt so die Sachen nur zu einem bestimmten Grad lädt. Zum Beispiel, dass man einstellen kann, ja nur 20%, nur 30%, nur 90%. Ihr könnt euch denken, was ich meine. Weil ich es ja hier so gesehen zum Swag aufdrehen. Einfach für den Wortwitz hab ich das ganze Gebäude gebaut. Ach ja. Aber besser als nicht zu bauen. Und da hätte ich es halt gerne so gemacht, dass man anhand von einem Schalter halt, oder anhand von Knöpfen oder so, dann regulieren kann, ob man bis 20%, bis 90%, alles sowas halt auflädt. Das Problem ist, ich bin nicht so gut mit Redstone und das wäre bestimmt richtig kompliziert. Sodass ich dafür ewig gebraucht hätte. Aber wenn ich wüsste, wie es geht, hätte ich es gemacht. Doch ich hätte halt wirklich Angst, dass es dann wirklich ewig dauert. Vor allem, wenn ich es ausprobiere. Ich hab ja schon ewig für diese Art-Reset-Schaltung gebraucht. Und die war ganz schön leicht, so gesehen. Und da mach ich mal lieber nicht den Versuch. Aber die Idee ist halt da gewesen. Aber nicht von mir umsetzbar. Da wüsste ich echt nicht, wie lange ich daran tüfteln würde, bis ich irgendwann mal eine Idee hätte. Ist sie auch so? Für diese... Oh, ich hab noch richtig viel Redstone-Erz. Ähm... Wie soll ich sagen? Für die Reset-Schaltung hatte ich ja von Anfang an so eine Art Idee. So ein... Naja... Eine Illusion von meinem Auge. Oder ein Bild, was ich mir selber gemacht hab. Ja, okay. Die werden wir nicht benutzen können. Wie ich diese Schaltung machen würde. Und so hat sie ja letztendlich auch mehr oder weniger funktioniert. Aber... Wie ich das bis zum bestimmten Grad mache... Aber dass halt trotzdem die anderen Sachen mitgeladen werden, wüsste ich jetzt nicht. Da würde mir auch, glaub ich, spontan nichts einfallen. Und aus dem Grund kann ich das leider nicht machen. Könnt ihr ja gerne ausprobieren. Doch... Ich kann mir nicht so viel Zeit nehmen. Aber ich glaub, die Zeit war auch wiederum wirklich nicht das Problem. Mehr, dass ich so richtig schlecht drin bin. Das so zu bauen. Weil ich find Redstone teilweise richtig kompliziert. Und ich versteh die ganzen neuen Bauteile ja auch gar nicht. Deswegen baue ich auch mit Repeatern und normalem Redstone die Teile, die halt schon immer da waren. Und nicht mit irgendwas Komplizierten. Ja... Ne, das ist eigentlich die ganze Erklärung. Brauchen wir nochmal... Wir haben kein Holz. Klasse. Warum fehlt immer Holz, wenn man's braucht? Immer. Sonst haben wir irgendwie immer Holz dabei. Und wenn man's nicht dabei hat, braucht man's. Och. Finde ich furchtbar. Aber ich wette, es geht euch auch manchmal so. Ihr packt irgendwas weg, weil ihr euch denkt, braucht ihr eh nicht. Und kurz danach braucht ihr's dann einfach. Aber wir sollten ja noch ein bisschen Holz hier drin haben. Wir haben kein einziges bisschen Holz mehr da drin. Nice. Wieder richtig schön überschätzt. Wo ist das Holz? Wir hatten doch noch irgendwo welches. Könnte ich schwören. Ich könnte wirklich schwören, dass wir irgendwo noch ein Stück Holz haben. Hier. Du siehst doch... Du siehst nach Holz aus. Ne. Du aber. Du siehst richtig... Können wir noch... Da ist Holz. Wusste ich. Ich wusste, dass da Holz drin ist. Ich mein, zwar alle Kisten sehen nach Holz aus, weil sie aus Holz sind. Aber ich wusste, dass in der Kiste Holz ist. Oder generell, dass in irgendeiner Kiste Holz ist. Aber ich glaube... Wenn man, sagen wir, um die... Ich hab jetzt gerade nicht wirklich viele Kisten mehr überlegt, was manche Leute dafür riesige Kistensysteme und Lagerräume haben. Wenn man sagt, ich hab in irgendeiner von meinen Kisten bestimmt Holz, kann man mit der Wette eigentlich kaum verlieren. Weil die Chance, dass man nirgendwo wenigstens ein Block Holz hat oder so, ist schon gering. Deswegen war ich mir relativ sicher, dass ich da Holz drin hab. Und meine Ratekunst hat mich nicht enttäuscht. Ja, wir machen einfach mal so viele Wettstorm-Fackeln. Ich mein, es bringt eh nichts, wenn wir... Wenn es nicht ausreicht für die... Also, wenn es Wettstorm nicht ausreicht, aber es reicht aus, wenn wir mit 32. Dann hier noch... Ein bisschen hinplacen. Hä? Oh. Wir brauchen mehr Wettstorm-Fackeln. Ach so, ich verstehe. Hm. Dann hier nochmal aufteilen. Bob. Oh. Das ist ja ein bisschen doof. Wir bleiben erstmal bei 13. 13 dürften noch reichen. Und auch unglaublich, wie viel Zeug oder wie viel Ressourcen wir einfach nur für Repeater verschwendet haben. So gesehen ist ja keine Verschwendung, weil ich mach ja damit auch mal irgendwas Sinnvolles. Aber ne. Okay, 13 reichen niemals. Never ever we stay together. Keine Ahnung, wie das Lied geht. Ich hab doch keinen Plan. Ich merk, wir Songtexte nicht so. Foll mich, wenn ich sie nicht verstehe. Okay, doch. Ich verstehe sie, aber... Ne, wisst doch. Wenn die singen, versteht man ja so manche Worte nicht. Denkt man sich so, wow. Ne. Ne. Das haben die ja grad gesungen. Obwohl der Text an sich logisch ist, aber die Leute können ja einfach nicht so gut singen und den versteht man gar nicht. Gut. Was soll ich denn sagen? Ach ja. Wie viele Ressourcen wir alleine nur für Repeater rausgehauen haben. Okay, es war Redstone und so. Wie gesagt, es war ja auch keine Verschwendung, weil wir nutzen es ja sinnvoll. Oder naja. Okay, eine Leuchtleistung ist nicht sinnvoll, aber da kann man schon sagen, Minecraft ist so ein bisschen repräsentativ für die Welt. Man könnte generell sagen, wow, dieser Satz war schon ziemlich repräsentativ für die meisten Sachen in unserer Welt. Halt, wow. Wie viele Ressourcen hab ich grad für diesen Müll rausgeworfen? Passt doch. Ich mein, wir haben so überlegt, was alles in der Welt gebaut wird. Was so richtig unnötig ist. Aber Hauptsache, sie bauen es. So riesige Gebäude. Wo tausende Tonnen von irgendwelchen wertvollen Ressourcen draufgehen. Weil, ist es nur mal so mit Minecraft, ja. War es nicht irgendwie so in Russland, dass sie Minecraft verboten haben? Genau aus dem Grund, weil man hier Ressourcen verschwendet. Und die Welt ausbeutet. Indem man Tiere tötet und alles mitnimmt, was man grad braucht. War da nicht irgendwie sowas? Ich könnte schwören, da war sowas. Ne, aber es war wirklich in irgendeinem Land so. Ich kann euch halt bloß gerade nicht genau sagen, in welchem. Und da mein ich, da haben sie auch recht. Bloß leider ist so, dass Minecraft, das gute alte Minecraft, ja immer noch so ist, dass die Welt endlos ist. Oder ich glaub auf drei Millionen Blöcke in jede Richtung begrenzt. Ist mit, oder halt auf den Speicher des Computers, ja. Ist auch auf den Speicher des Computers begrenzt. Aber die echte Welt ist so, ne. Einmal vorgeneriert und für immer da, ne. Da kann man nicht mehr so viel dran ändern. Und wenn dann mal so die Ressourcen ausgehen. Hey. Redstone reicht nicht. Ich sollte nicht so verschwenderisch sein. Was für so ne doofe Leuchtleiste. Ich mein natürlich die, den Tragometer. Der ist natürlich sehr wichtig. Ich mein halt auch eine furchtbar gute Geschichte. Eine sehr wichtige. Und dazu werden wir im nächsten Part erst kommen. Denn ich will noch was lustiges ranbauen. Und da ich irgendeinen Grund brauche, warum ich das ranbaue, werde ich euch in der nächsten, im nächsten Part erst mal noch eine kleine Geschichte erzählen, ne. So gute Nachtgeschichten mit Pixeln. Obwohl ich wahrscheinlich selber noch, okay ich wollte jetzt sagen, Obwohl ich jetzt nicht wirklich Geschichten für irgendjemanden vorlesen muss. Okay doch, ich lese oft irgendwelchen Leuten was vor. Ich hab's mal gemacht. Ich hab schon mal Leuten ein Buch vorgelesen. Über Skype. Einfach so. Weil warum nicht? Das war sogar ein Minecraft-Buch. Ach ja, Minecraft-Bücher. Das hat mir nicht gehört, das wurde mir auch ausgeliehen. Aber dafür bin ich sehr dankbar. Also falls du das hörst, ich bin sehr dankbar dafür, dass du mir ein Minecraft-Buch ausgeliehen hast. Also es war jetzt nicht so ein Lösungsbuch, es war wirklich so ein Roman. Da muss ich schon sagen, wow. Leute, wir müssen echt viele Hobbys haben, einen Minecraft-Roman zu schreiben. Ich meine, aus Minecraft mittlerweile schon einen Roman machen wir schon. Nun ja. Wie soll man's sagen? Komisch. Dass man aus einem Spiel, dass das Spiel so gehypt wird, dass man da ein Buch draus macht. Das ist ja vor allem nur das eigene Buch. Es gibt ja wahrscheinlich richtig viele Minecraft-Bücher. Und halt jetzt nicht Lösungsbücher, sondern so richtige Romane oder so. Da fragt man sich schon, ja, äh, warum? Von wer kam auf die Idee, Minecraft zu spielen? Und dafür ein Buch zu schreiben? Das müssen dann eigentlich relativ coole Leute sein, weil Kinder werden keine Bücher schreiben. Das müssen ja denn Erwachsene sein, die Minecraft richtig krass finden. Oder halt einfach Leute, die gut in Büchern schreiben sind. Ich auf jeden Fall nicht. Also ihr wisst jetzt schon, das Buch ist definitiv nicht von mir. Wer hätte's erwartet? Wow. Das kann mich bestimmt enttäuschen für viele, aber das Buch ist nicht von mir, ne? Hm. Ach ja, ach ja. Ist schon erschreckend, wie viel Wetschern wir brauchen. Für so eine verdammte Leiste. Ich meine, die Zweigometer. Wir dürfen ja nicht die Wichtigkeit, wenn es das Wort überhaupt gibt. Ich weiß, äh, naja, wie soll man es sagen? Gibt's für wichtig überhaupt einen, äh, Nomen? Ich glaub nicht. Dann sagen wir, wir dürfen ja nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Leuchtleiste ist. Deswegen bekommt ihr auch einen eigenen Namen. Zweigometer halt. Damit wir nie vergessen, wie wichtig diese Leuchtleiste ist. Ich meine Zweigometer. Gut. Mehr Wetschern fucking gehen nicht. Das reicht für 24 Repeater. Nice. Haben wir so viel Stein überhaupt noch? Gut, haben wir. Wird aber auch knapp. Warum muss alles knapp sein? Wo wir ja wieder dabei sind. Minecraft hat wenigstens eine große Welt, die man immer wieder generieren kann. Und auch unendlich viele davon. In der echten Welt geht das leider nicht. Dann müssen wir euch auch mal Gedanken machen, wie sie das jetzt eigentlich planen wollen. Denn ich meine, ne? Wird knapp. Also jetzt noch nicht, aber mit der Zeit dann so. Machen sie sich bestimmt irgendwann Gedanken drüber. Und wenn nicht, tja, haben wir Pech gehabt. Aber wir als normale Menschen können daran ja leider eh nichts ändern. Also haben wir dann einfach Pech gehabt, ne? Ist ja so. Ist ja teilweise wirklich so. Aber was sollen wir machen, wenn die Leute, die darüber entscheiden, keinen Bock mehr haben? Da haben wir so gesehen auch Pech gehabt. So, und das letzte. Dafür werden doch 23 Repeater jetzt reichen. Setzen wir jetzt einfach 23. 23, 21, 21 Repeater. In diese Richtung. Dann müssen wir so richtig schön ewig für die 100% warten müssen. Wie in den meisten neuen Spielen, oder? Wo einfach das Laden so, keine Ahnung, fast eine Stunde dauert oder so. Noch schnell irgendwelche Patches runterladen. Gut, das sollte jetzt ausreichen. Wir wollen mal nicht übertreiben. Wir wollen mal nicht übertreiben. So. Beste Schaltung. Und hier irgendwo werden wir wahrscheinlich nochmal sowas zwischenschalten. Warum nehmen wir eigentlich nicht die eigene Spitzkarte? Die ist doch noch ganz schön ganz. Deswegen frage ich mich, warum wir sie nicht nutzen. Aber ihr fragt euch bestimmt so einiges, wenn ihr bei einem Spielen zugeguckt. Zum Beispiel, was zur Hölle macht der Penner da? Okay, ich würde nicht sagen, dass du unbedingt Penner sagt, aber mehr so. Was zur Hölle macht der Typ da? Nein, nein, das kann er doch nicht tun. Wir haben eine Schaufel im Inventar so nutzen, wie sie auch. Das ist echt ein guter Merkspruch. Obwohl es eigentlich nur ein total stumpfer Spruch ist, weil... Wenn du eine Schaufel im Inventar hast, musst du sie auch benutzen. Das ist jetzt nicht wirklich, dass ich sage, wow, Eselsbrücken. Mensch, da komme ich ja nicht mehr darauf. Klar, so viele Eselsbrücken wieder sind. Gut. Das könnte jetzt bloß dafür sorgen, dass wir alles zerstören. Aber sonst geht es eigentlich relativ gut, ne? Mal gucken, haben wir alles zerstört? Hoffe ich doch. Schalter an. Ah, na, logisch. So war es geplant. Weißt du ja nicht, warum die letzten Lampen so instant angehen. Und wir haben es wirklich kaputt gemacht. Und hier auch wahrscheinlich. Gucken wir erst mal, ob es ohne Repeater auch klappen würde. Was doof ist, ja, das sind die einzigen... Ja, heißen nicht sogar Wettstorm-Verstärker, ja. Sind die einzigen Sachen, die dieses Wettstorm halt einmalig verbessern. Gucken wir mal kurz. Geht doch so. Ne, sag ich doch. Sag ich doch, das geht nicht so. Aber was sollen wir denn machen? Das zerstört ja die ganze Schaltung. Achso, die haben wir alle gar nicht angestellt. Ups. Mal kurz so. Da hat gerade irgendwas geklingelt. Ich weiß nicht was. Aber das iPad wollte mir wahrscheinlich sagen, dass ich wieder irgendwas Unnützes nicht gemacht habe. Danke, iPad. Der wird immer hilfreich. Gut, denn jetzt nochmal. Nochmal probieren. Denn probieren geht über studieren. Da denke ich ziemlich traurig ist, wenn der Spruch wahr wäre. Ich habe es schon wieder kaputt gemacht. Nice. Das zerstört also die ganze Schaltung. Warum? Warum zerstört das die ganze Schaltung? Ich verstehe es nicht. Das müsste doch eigentlich ausgehen, wenn... Hä? Der Repeater sollte auch ausgehen, wenn kein Strom mehr dran ist. So, okay. Funktioniert schon mal. Bloß ausgehen. Oh, geht's aus? Aha. Ja, geht aus. Gut. Yeah, da haben wir ein Ladebalken gemacht. Und ich lasse ihn mal nur aufladen, weil das Abladen sieht ziemlich doof aus. Ne? Hätten wir das auch fertig. Wieder ein wichtiger Teil dieses Projektes. Brauchen wir kurz ein Schild. Und wir haben kein normales Holz mehr. Weil ich dachte mir so, ah, wir brauchen schon kein normales Holz mehr. Aber wir brauchen schon normales Holz. Aber, ja. Wir brauchen normales Holz. Und ich weiß sogar, was ich hierhin platzieren könnte. Da hatte ich nämlich noch eine Idee. Mal gucken, jetzt gerade Nacht. Wenn ja, wäre ganz schön praktisch. Weil dann könnten wir noch ganz schnell versuchen, ein paar Schallplatten ranzuholen. Ein paar Schallplatten. Hör mit den Schallplatten. Und die Part muss ich mal ein bisschen kürzer machen. Also 30 Minuten ist jetzt nicht großartig viel kürzer. Aber ein bisschen kürzer als sonst. Denn in den letzten beiden Tagen habe ich ja schon nicht geschafft, ein Video hochzuladen. Das würde ich jetzt natürlich wieder aufholen oder gut machen. Das Problem dabei ist dann halt bloß, dass ich ja vom Hochladen auch mitkommen muss. Und das könnte schwer werden, wenn die Videos erstens zu lang werden. Und es ist generell auch praktischer, wenn die kürzer macht, dass man mehr Videos hat. Aber ich glaube, das hatten wir alle schon mal. Das habe ich alle schon mal erklärt. Und ich wundere es gerade echt, dass wir keinen Hunger bekommen, weil... Ist ja eigentlich eine Weile her, seitdem wir jetzt letztes Mal irgendwas gegessen haben hier. Gut, okay, wir stehen nur unten in der Höhle und bauen irgendwo Weepy dahin. Aber vielleicht macht es uns ja auch hungrig. Wer weiß, wie viel die Dinger wiegen. Bestimmt viel. Weil ich mich auch manchmal frage, ob Wetschon irgendwie eine Anlehnung an irgendwas ist. An irgendein halt echtes Mineral oder Erz oder irgendwie sowas. Halt ein Erz, was Elektrizität leitet oder was auch immer das ist. Wird man... Das weiß man ja gar nicht, oder? Es soll vielleicht Elektrizität verkörpern, aber ist das in Minecraft wirklich Elektrizität oder irgendwas? Muss ja nicht sein, das kann ja auch irgendeine andere Form von Energie sein. Die einfach halt hier in dem Fall in der Lage ist, bestimmte Mechanismen zu aktivieren. Kein Plan, Leute. Ich weiß nicht, was sich die Minecraft-Entwickler gedacht haben. Mittlerweile denken die es ja sowieso gar nicht mehr. Oder seitdem die bei Microsoft sind, machen die Standard-Entwickler da überhaupt irgendwas noch? Irgendetwas? Kann ich euch nicht sagen. Und ihr mir wahrscheinlich auch nicht. Würde mich nämlich ziemlich wundern. Wollen wir mal gucken. Eine Uhr könnten wir mal machen. Einfach so. Eine Uhr wollte ich schon die ganze Zeit mal machen. Habe ich aber nie gemacht. Weil ich habe ja so wenig Gold. Ähm. Ist vielleicht noch wenig für manche Leute. Wie gesagt, kommen wir wieder auf die riesigen Lagersysteme zurück, die manche Leute haben. Aber für mich ist ja nun viel Gold nicht so viel. Wollen wir mal eine Uhr machen? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Einfach, weil wir es können. Ein Redstone. Ach ja. Und ich glaube, ich werde hier Minecraft nicht mehr auf die neue Version upgraden. Weil erstmal, ich müsste es ja dann nach dem Enderdrachen machen. Weil ich da sonst Angst hätte, meine Welt zu korrupten. Halt, dass irgendwelche Dateienfehler dann auftreten. Oder die ganze Welt dann sich komplett verschiebt und alles scheiße ist, weil... Naja. Wie soll ich sagen, was haben wir hier eigentlich für ein Biom? Wüsste ich gern mal. Das steht wo? Äh, stand doch hier. Tiger. Zum Beispiel, das... Wir haben ja im Update 1.6.2 gestartet. Oder in der Version, nicht im Update. Ähm. Und damals hat es ja geschneit. Es war ja auch ein Schnee-Biom. Ich habe halt Angst, dass wenn ich auf die neue Version upgradee. Oder updatee. Dass dann halt wieder alles corrupted wird. Oder sich alles ändert. Dass die Welt dann neu generiert wird. Und alles so ein Scheiß, dass irgendwo was steht, wofür nichts gestanden hat. Und ihr versteht auch bestimmt, was ich meine. Wenn nicht... Es kann ja passieren, dass sich dann Text... Äh, nicht Texturen. Sondern Gebäude hintereinander generieren. Alles total verbuggt ist. Auf einmal fette Biom-Abschnitte enden. Mit so einer schön hässlichen Wand und alles sowas. Kennen wir ja von da drüben. Bei dem Pilzwald, den gab es ja früher auch nicht. Da, wo einfach fette Abschnitte sind. Und deswegen müsste ich das nach dem Ender-Drachen machen. Nach dem Ender-Drachen würde ich das Let's Play-Game beenden. Weil wann sonst? Das ist so der beste Moment dafür. Und ja. Der einzige Grund, warum ich das Update auch machen würde, wäre ja, um halt den Fisch-Tempel, würde ich sagen. Klar, den Fisch-Tempel. Um diesen Wassertempel zu machen. Und da würde ich wieder sagen, so doll ist er ja auch nicht. Da gibt es ja nicht mal irgendeinen bestimmten Boss oder so. Das ist ja einfach irgendein Gegner, der nichts Bestimmtes droppt. Einfach eine größere Version von diesen Kruse-Fischen. Und sonst bringt der Dungeon ja auch nichts. Vielleicht ein paar Goldblöcke, okay. Aber nichts, was ich jetzt noch brauchen würde, was irgendwas ändert. Ich muss auch gucken, wie ich das mit dem River mache. Ich müsste ja eigentlich noch richtig viele River-Typen farmen. Damit ich halt, naja. Ihr wisst, ne. den River besiegen kann. Und dann einen Beacon bauen. Ist schon doof. Muss ich ehrlich sagen. Muss ich mal gucken, ob ich mit euch noch River farme. Weil es kann ewig dauern. Das kann ich wirklich mehrere Stunden lang hinziehen. Und lol. Warum habe ich auch friedlich? Ich meine, ich stelle das ja nicht um. Oder? Ah, Mist, das könnte sein. Ey, das finde ich doof. Ich weiß nicht, ob es schon immer so war, aber der Spielmodus, auf dem man spielt, geht ja auf alle Welten über. Und ich habe, also wenn ich Thumbnails mache, stelle ich meistens auf friedlich, weil diese, die Monster meistens ziemlich störend sind. Da kann es schon mal passieren, dass es denn auf friedlich oder so ist. Ich muss jetzt mal testen, wie viele Schläge verträgt. Und dann erstmal ein Crit reinhauen. Der ist rein, also der ist reingehauen, ne. In den Himmel oder wo Queep auch immer hingehen. Ich weiß nicht, ob die den Himmel verdient haben. Dann gehen wir in den Äther. Ist ja so gesehen der Himmel. Der Minecraft-Himmel. Dann bauen wir hier mal kurz was hin. Das war schon immer so, ne. Kennt ihr jeder? Ah, diese Düne. Ich wollte doch eigentlich noch einen Pool bauen. Kann das? Wollte ich das nicht machen? Irgendwo war ein Creeper-Sprengloch und da wollte ich einen Pool draus machen. Weiß ich hundertprozentig. Können wir doch in Angriff nehmen. Einfach so. Einfach so noch irgendwo einen Pool hin klatschen. Man könnte immer aufhören, einen in die Luft zu gehen. Warum klatsche ich euch denn nicht viel weiter weg? Zumindest stehen da hinten noch mehr von euch. Das Brot hätte ich essen sollen. Hätte ich mehr Platz im Inventar. Geh weg, Brot. Oh nein, lass nicht Bernd da liegen. Nein. Bernd wurde in der Wüste zerquetscht. Stehe einfach so unten als Nachricht im Chat. Bernd wurde in der Wüste zerquetscht. So, jetzt aber. Bamm. Wie viele Schläge verträgst du noch? Ja, baller mich ruhig ab. Dich will ich nicht. Müssen wir jetzt den Zombie irgendwie klatschen. Und hätte noch das Skelett dazu. Boah. Duwe Skelett. Komm, schieße mich doch ab. Ja, okay. Es hat einer schon mal gesessen. Müssen wir kurz hier rüber latschen. Und der Zombie ist jetzt halt schon nervig. Und ich habe keinen Bock wieder Nachtangeln zu spielen. War nicht so witzig. Toll. Seht ihr, was ihr gemacht habt? Ihr habt nichts als Verderben hervorgerufen. Toll, ne? Herzlichen Glückwunsch dafür. Du kannst mal weggehen. Okay, das heißt, der Creeper hält also nach einem Hit mit dem Ultraschwert noch ein bisschen was aus. Du kannst auch mal weggehen. Dich will keiner. Oh, jetzt kommt hier. Da haben wir die Zombie-Armeen. Das hatten wir auch alle schon mal. Und wo wäre ich beballert? Geh weg. Dich mag keiner. Da steht ein Creeper. Das ist ja ein modisches Skelett. Komm her, Creeper. Ich will dir was Lustiges zeigen. Warum ist er jetzt verreckt? Toll. Auf zu neuen Creepern. Da hinten stehen ja gleich zwei. Zwei Kollegen, Mensch. Die sehen ja richtig freundlich aus. Kommt du mal her, ne? Mein Kollegen. Ich weiß gleich, wenn du jetzt abgeknallt wird, rastest du raus willst. Mr. Skeletto hier töten. Skeletor, der Unterdrücker. Was weiß ich denn? Der bestimmt also richtig krasse Action-Namen. Komm, ich muss dich noch töten, bevor wir 30 Minuten haben. Bam. Mal, können wir mal weggehen? Die Zombie sollte ich echt mal Hobbys suchen. Bam. So, schieß einfach, schieß. Ja, Schallplatte. Jetzt kannst du sterben, danke. Für mehr brauchten wir nicht. Nee, danke schön. Da hinten sind noch ein paar. Verlockend. Sehr verlockend. Dich killen wir erstmal. Dich auch. Dann schlagen wir euch beiden mal eine rein. Bub. Okay. Bub. Jetzt werden wir aber aggressiv hier. Kommt, Leute, hört auf. Wir wollen hier keine Massenprügelei anfangen. Los, Ballert. Wir haben zwei Skelette da stehen. Wir sollten sagen, dass keins davon treffen kann. Ey, ihr müsst hier nach unten schießen. Hier. Eine. Zweiten noch. Geil. Jetzt kommen wir bloß nicht mehr raus. Los, Zombie, beschütz mich. Geh gegen die Skelette vor. Ich glaub an dich. Du schaffst das. Scheiße. Warum machen die auch einen Damage? Werden die Hose kaputt? Nee. Macht mir trotzdem einen Damage? Gut, dann gehen wir mal vom Ufer runter. Oder aufs Ufer. Weil vom Ufer runter wäre ja schlecht. Und holen uns die CDs. Ich wähle meine neue Musical Singles. Geht weg. Ich brauch das. Das macht mich ruhig. Komm her, du Eslon. Wo sind meine CDs? Da, 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 da ist einer. Das ist die Schallplatte. Achso, na dann. Wenn es so aussieht. Wenn er die Schallplatte ist, dann glaube ich, weiß ich ganz genau, was darauf gespielt wird. Gut, dann haben wir nächste, nächste Episode. Ein bisschen musikalische Unterhaltung. Wie gesagt, ich frage mich wirklich, was wir noch machen sollen. Weil ich glaub, den Wassertempel lass ich, jetzt einfach, weil, wie gesagt, der bringt ja nichts. Ich würde ihn wirklich gern für euch machen. Aber er bringt nichts. Das ist die Sache. Er bringt nichts. Kriegt man ein paar Goldblöcke, aber wir haben ja schon goldenen Apfel. Das heißt, den brauchen wir auch nicht. Und, der Endboss ist nicht mal wirklich stark. Außer, dass er halt Läder schießen kann. Aber okay, das können alle anderen Viecher da drin auch. Deswegen ist der Tempel allgemein scheiße, aber nicht schwer. Und vor allem, wenn man drin ist. Wenn man drin ist, ist es ja sowieso nicht mehr schwer. Es ist nur so lange schwer, solange der Vorrat reicht, ne? Oder eigentlich ist es so lange, ist es ja nicht schwer. Hm. Komplizierte Denkwege. Weil, solange man Vorräte an Tränken hat, ist es auch ja nicht schwer, ne? Hexe, du weißt, wovon ich rede. Wenn man genug Gifttränke parat hat, ist ein komischer Pixel-Dude nicht schwer. Oh, das wird schon wieder Tag. Wir haben drei Schallplatten, aber ich glaube, das ist eine andere. Fahr, Style, und Stuet. Und ich bin mir sicher, dass wir Stuet schon mal hatten. Wenn ich wusste, sogar ist die Stuet heiß, oder? Wusste ich's? Ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich der dümmste Satz, den man sagen kann. Wusste ich? Ich weiß es nicht. Aber naja. Ne? Immer noch besser, als die Welt auszubeuten, ne? Merkt euch Leute, nicht die Welt ausbeuten, ist schlecht. Also in Minecraft könnt ihr es gerne machen, aber dann, man müsste einfach den Regierungspersonen Minecraft geben. Dann können sie da ihre Gesetze durchsetzen. Nice. Dann können sie da Diktaturen starten und sowas. und die Welt ausbeuten und lassen die echte Welt in Ruhe. Perfekt. Minecraft ist einfach so Weltausbeutungs-Simulator, keine Ahnung, 2011. Ich weiß nicht, wie alt Minecraft ist. Könnte 2010 oder 2011 gewesen sein. Auf jeden Fall schon relativ alt. Könnte auch schon viel älter sein, 2008 oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann's euch nicht sagen. Ich kann euch vieles nicht sagen. Ich weiß, aber so ist das nun mal bei mir. Hm. Kann sein, dass die genau die gleiche Farbe haben. Ah ne, die ist ein bisschen heller. Okay. Nehme ich. So ein bisschen heller. Da können wir schon mal einen zweiten Schalter hin platzieren. Nicht da, da. Bap. Und in dem nächsten Part sage ich euch dann, wofür überhaupt. Oh mein Gott, ihr seid bestimmt schon richtig gespannt. Warum hat er da diesen Schalter hin platziert? Warum wirft er nicht einfach irgendwas aus dem Inventar weg? Wow. Also dann Leute, nach dem etwas komischen Start, aber im nächsten Part ist er sowieso wieder normal. Hoffe ich, der Part hat euch gefallen, auch wenn er viel zu kurz ist. Nur 32 Minuten, das geht so einfach nicht. Ich muss längere Parts machen, oder? Viel länger. Auf jeden Fall. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn nicht, auch nicht schön. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Wenn ich euch erkläre, was dieser Schalter machen soll. Ciao. Ciao.